Ah fuck! So. Wie viel Zeit haben wir? Steht da oben rechts in der Ecke. Fertig. Mann ey, such doch mal, seid mal kreativer, was ist da los? Wie? Hä? Du hast noch gar nichts gesehen? Drei sind fertig. Du kannst noch gar nichts sehen. Drei sind fertig, mein Gott, es dauert so lang. Oh Gott, Conny, Conny. Mann ey. Ey, mach doch mal fertig. Ja, die müssen doch da reden. So. Jetzt mach doch mal hier. Telefon. Die Post ist da. Oh Gott. Ach du Scheiße, Moritz. Hä? Was? Ich mag dich nicht, Moritz. Ich mag dich nicht, Moritz. Ich mag dich nicht, Moritz. Ey, hallo, ich muss dir was richtig Verrücktes. Ja, ich auch. Mein ey. Da war meins, was ich genommen hab, richtig harmlos. Ich hab keine Ahnung, wie viel Zeit. Ihr habt nicht viel Zeit, ne, meine Lieben? Ja, ich bin ja auch dabei. Wie, wie kann man hier nochmal was zurück machen? Macht man denn so gut? Ja. Ja. Hallo, ne? Na ja, aber warm. Oh Gott ey. Äh, äh, boah, das ist das erste Mal, das wir spielen, ne? Möcht ich nur mal kurz schnell anmerken. So. Scheiße. Oh mein Gott. Ich, ich spiel's nie wieder, das letzte Game. Ich, Moritz, ich hasse dich für diesen Begriff. Hä? Ich hab keine Ahnung, wie man das malt. Ich, we- Gott ey, ich kann das nicht. Äh, Scheiße. Oh mein Gott, ich kann ja nicht mit Weiß malen. Oh. Ja, ich mach hier. Oh nein. Mann, scheiß Fülleffekt, ich will dich nicht. Mach mal schneller da. Ha, ha, ha. Oh nein. Gott, ne. Das ist, das ist die Krütze, Leute. Es tut mir leid. Ich bin, ich, ich, ich. Oh nein. Rückgängig. Oh nein. Jetzt hab ich richtig verkackt. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja komplizierter als ich dachte. Äh, äh. Ich muss nur noch... Gott. Ich bin hier richtig im Stress. Das ist sehr geil. Die Zeit ist viel zu knapp. Hallo. 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 Oh Gott. Das erkennt man doch niemals. Ja. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moritz, ich hasse dich. Wirklich. Für den Begriff. Nein. Ich bin so schlecht. Ich bin so trash. Oh mein Gott. Wer drückt da nicht fertig? Nee, ich. War ich normale. Achso. Wir haben Judith sich wieder weg. Mann, nein, nein. Oh, scheiße. Was ist das denn? Wenn du meins hast, dann will ich wahr sein. Was ist das denn? Ich bin außerdem dafür, dass wir keine Buchstaben schreiben, danke. So. Ich denke, das ist der Wochenende. Ach du Scheiße. Gott. Oh. 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 Ah, okay. das ist cool ich hoffe ihr konntet meins gerade erkennen ich bin so lustig ich habe so lange nicht mehr gemalt ich weiß gar nicht mehr welche haarfarbe ich muss das vermeiden es tut mir leid aber anders krieg ich es glaube ich nicht schön ein ja ok ok ich hab keine lust mehr oh ne ich geh gleich los kann ich das dicke machen ja kann ich sehr schön als ob ich das jetzt weg gemacht hab mit rechtsklick aus versehen ist ja was hier es ist so schlecht ich weiß nicht wie ich es besser machen kann ich auch nicht das sieht eigentlich ganz in ordnung aus da mach ich noch sowas hier vor allem die anderen sind so konzentriert die reden gar nicht ja die gehen gar nicht mehr scheiße ey ach du scheiße bitte weg damit man kann auch keinen ach doch man hat eine farbverläche oh nice nicht gut das erste ja jetzt muss man ja nochmal ne ja ich glaub schon ich bin fertig 4 von 4 ist es ich meine ich könnte hier noch was verändern ich hab keine ahnung du ich hab nur scheiße ich hab mein bestes oh ne das war schon leon leon ist aus sehr schön super leon ist aus super das stimmt leon muss das machen ja ganz ruhig freunde da ist leon wieder was hat denn leon da was ist denn los was ist denn los wieso hör ich dich doppelt lexi wenn lexi so rumschreit sorry seid ihr ready ja ich bin ready wie das war von hier der let's go hier und der cybergott eh ach so guck mal der hat bugfisch da drüber geschrieben war das ist aber unfair ja ist aber unfair bugfisch wird von einem auto plus fahrer angefahren das speicher ich nicht ne danke hör mal auf lexys apfelkuchen ok das hatte ich oh gott das hatte ich ich war so überfordert jesus will apfel aus du jesus das ist dein ohrring ja mausefalle das ist doch ein apfel ja guck dich diese mausefalle an das ist die mausefalle verstehe ich auch was mit jesus ja der hat so ein heigenschein da irgendwie ja aber keine ahne was diese andere person da ist Das sollte Lexi sein. Ich dachte, komm, ich kann nicht gut malen, Leute. Da bin ich geschwallen. Wieso habe ich einen Zylinder? Wieso Conny? Wieso Lexi? Oh, guck mal, wie ein Zähn das gemalt ist, ja? Ich durfte kein Weißbinder nutzen für das Kleid. Mann, ich wollte auch heiraten. Leon und Liv auf nem Baum. Liv? Ah! Oh! Ding und Lexi sitzen auf nem Baum. Lexi! Lexi, du bist S-Mensch, nicht L-S. Ja, aber das wissen die doch nicht. Ja, aber du bist doch nicht mit roten Haaren. Ich dachte, die haben es so wechselt, weil Johanna war letztes Mal mit roten Haaren. Ja, gut, das könnte sein. Was? Ja. Wir haben Johanna immer mit roten Haaren gezeichnet aus irgendeinem Unterkirchengrund. Also Moritz hat immer einen Zylinder auf, okay? Okay, Moritz hat den Zylinder. Wieso habe ich denn einen Zylinder auf? Ich habe nie einen Zylinder auf. Ich habe einfach blonde Haare. Ich habe einfach blonde Haare, ja? Leon hat ein Rohring. Leon, stimmt. Auf geht's. Mein Gott, ey. Wie schreibt man das denn? Hm. So hier, oder? Weiß ich. Ich weiß nicht, wie man schreibt. So. So. Das finde ich ganz gut. Wisst ihr Moritz, wir sind schon fertig und die anderen beiden? Mein Gott, das dauert wie eine halbe Stunde. Ja, so ist das Leben. Ich wäre dafür, dass die Zeit runtergestellt wird. Achso. Oh, ne. Die ist jetzt wieder kurz, ne? Oh. Einerzeit. Nein. Nein. Moritz. Nein. Nein. Moritz. Das war ein Geld, ne? Oh mein Gott, du weißt nicht, was ich bekomme. Was ich gebe. Oh mein Gott, nein. Du wirst das immer malen. Vor allem mit dem Ausrufezeichen. Oh mein Gott. Nein. 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 Ey, Moritz, das wird so lustig, wenn du siehst, was ich genommen habe. Ich glaube, das habe ich hier. Oh mein Gott, das ist so lustig. Holy shit. Ich muss es nicht mehr machen. Oh. Oh. Dann hier oben auch noch. Oh, scheiß. Egal. Oh, ich liebe das Spiel jetzt schon. Oh ja, same. Nein. Nein. Nein, danke. Let's, let's runne mal. Dann ist sie auch noch. Ey, das ist braun. Das sieht nicht aus wie braun. Ja, okay. Ey, Moritz, das wird so lustig. Oh mein Gott, das wird so lustig. Ey, das ist so lustig. Das ist so lustig. Ja, Moritz und ich hatten den gleichen Gedanken. Echt? Okay. Ja. Bin ich ja gespannt. Oh Gott, ich bin wieder so fail hier unterwegs. Das tut mir leid, aber ich bin einfach schlecht im Malen. Ich muss irgendwie wieder zu meinen Minions finden. Ja, also ich bin gut im Malen. Ehm. Oh Gott, das erkennt man doch nicht. Scheiß. Oh nein. Füllwerkzeug ist einfach kacke. Ja, stimmt. Nein, das kann man erkennen. Ich hier, mein Irgendwas. Ganz ruhig. Was macht ihr denn? Keiner ist fertig von euch. Mann, Mann, Mann. Oh Gott. Hä? What the fuck? Nein. Was ist das denn? Leon. Ne, das muss Moritz im Alter haben. Aber wer? Moritz. Wer ist das denn? Und was ist das? Ich glaube nicht. Vielleicht. Oder... Das ist glaube ich eine Kettensähe. Kettensähe vielleicht. Warte, 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 warte. Ich verstehe. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Aber... Oh Gott. Oh Gott. Das ging schnell. Scheiße. Da muss man sich ja beeilen. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig war. Alter, wieso nur Moritz? Konio! Wie schon muss das Moritz? Das kommt Konio wirklich. Hör dich schon wieder nicht mehr. Muss ich schon wieder hier mich malen. Doch, ne, wie reicht das dann? So, machen wir mich hier auch? Äh... Was? Der Satz ergibt nicht mal Sinn. Ja. Es ergibt nicht mal Sinn. Ich hab das heute nicht gelesen. Wie doof ist das denn? Oh Gott, ich bin voll abgerutscht. Tage, leylelelelelelelele. Oh Gott, Leute, was? Ihr tut mir jetzt echt etwas an, ne? Euhhh. Ich bin nur so schlecht. Wie kann man alles ausmalen? So hier? Neee. Mit dem Topf da rechts? Welchem Topf? Hier. vielleicht ein bisschen schief aber ich kann ja noch die details machen schwarze haare oder nicht und brille das ist ja mir oh mein gott stimmt hat wer von euch eine brille ich hab nur eine brille an seine spiele ich hab ein bisschen eine brille habe ich dich schon mal mit brille gesehen da ist doch kein loch ne lächerlich da ist kein loch oh gott das ist wieder ohne braucht immer so lange zurück ich möchte mich mal fragen was ihr da hinschreibt das sind keine sätze die ihr da hinschreibt hallo let's go ja dann mach mal moritz kackt auf seine tastatur hallo ach das war kacke ich dachte ich blute da oder so moritz blutet am arm auf seine tastatur vorm bildschirm was ist das für bild hallo naja ja sorry moritz hat einen neuen pc achso du warst das nicht ich dachte das war kong hallo leon spielt ps4 und freundlich nein leon denk doch an meine herzplatte da oben ach ja neun NO jetzt conny spielt gamesane impact hallo das war insane gemalt keine ahnung was er hat NEIN CONNY Spielt dbd nein �umal zählen Moritz hat das genommen und guck mal was ich genommen hab. Moritz spielt DVD. Achso, ich war grad richtig verwirrt auf einmal. Ah, die Striche. Moritz spielt fröhlich DVD. Warum ist das Blut braun? Ja, weil ich im Zeitdruck war. So, nächste Runde. Ich kann mich nicht muten, ich glaube das liegt daran. Ja, ist egal, das ist... Mach ein Stück Gecker. So, ich denk immer so. Auch jetzt bist du. Jetzt, jetzt los. Genau. Ihr müsst starten, ihr müsst starten. Nee. Achso. Oh Gott, ich hab noch eins. Äh. Äh. Dann sagst du nie. Oder schreibst du gleich mir immer. Ja. Es ist immer lang. Schlimm. Lang zu tappen. Epa. Nicht Geige. Ja, ne. Kann dir ja keiner zurechnen. Oh, ne. Geige. Hey. Jetzt hör ich dich schon gar nicht. Lass da aus. Guck mal. Oh, warum muss ich das zeigen. Wer war das? Wer war das? Das ist nicht okay. Ich war das. Sorry. Gott, wieso bekomme ich das? Äh... Ja, okay. Ach, Conny hat den Brille, ne? Oder? Nein, nein, habe ich nicht. Ja. Ach, ich weiß gar nicht, wie man das Zeichen soll. Vielleicht doch. Na ja. Mann, das sieht jetzt aus wie ein Puppentheater. Oh. Oha, Mann. Geht nur, Mann, nochmal. So. Oha, Mann. Zack, zack, zack. Ey, das war so gut. Obwohl, nee, das kann ich nicht antun. Ich meine... Was? Ich weiß nicht, wann... Der Affekt. Oh. Ich kann brauchen. Das wird aber nicht erkennen. Fuck. Ja. Es ist auch schwer zu erkennen hier, was ich hier machen muss. Kriegste hin. Kriegste hin. Kriegste hin. Kriegste hin. Kriegste hin. Ich kann schon erkennen. Ach. Achso, fertig. Ach. 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 Was ist das? Ach. 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 Und? Boah. auch gut ich muss noch was malen okay was war das denn? jetzt möchte ich die auch nicht mehr hören die anderen nicht mehr auf den Sack das ist so ein Pisser ja redet mal hallo ihr müsst jetzt ein bisschen lauter reden ok hallo ich hab gegen die Bots gewonnen super Aaron hot mom for 2069 war einfach der beste Spieler ja ja süß ich weiß nicht wie offensichtlich ihr es wiederholen müsst, dass ich nicht bezeichnen kann nicht gut will ich aufwohnen Da kann ich grad schmal hin. Ey, mal doch Oma, was malt ihm die Sonne? Sorry, ich hab grad Spaß. Ich bin ja wohl schon breit genug. Das darf ich niemandem zeigen hier. Oh nein, man sieht ja von wer es gewalt hat, ne? Ah, scheiße. Das war schlecht, mach, das war richtig schlecht. Aber zum Glück muss das keiner mehr erraten, ne? Ja. Bin ich fertig geworden. Ja Leon, was ist los? Seid ihr bereit? Ja. Los geht's. Lift färbt sich die Haare Haselnussbraun. Ja, danke, dass ich das malen durfte. Wie lustig ist das denn? Ja, also vielleicht... Lift färbt sich die Haare Schock-Uladen-Aisbraun. Ja, ist doch sowas nah dran. Ja, ist doch nah dran. Ja. Ja. Ja, unbedingt. Also dass das ne Jogginghose ist, hab ich jetzt nicht gewusst. Jetzt kauf dich endlich eine neue Hose. Ja, endlich. Endlich. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Lexi und Conni bauen ein erstes Minecraft-Haus. Dann ist die Kräftho-Haus. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Okay, stopp. Leon liebt sich selbst vor dem Fenster. Ach, liebt sich selbst? Was für mich selbst? Guck mal, ich hab's im Spiegel. Oh, cool. Leon guckt aus dem Fenster und liebt eine Person. Was? Oh. Ja, genau. Aber ist so schlecht. Was für aber? Dann drücke ich mich jetzt besser aus. Also eine Runde kann ich schon mitspielen, dann muss ich weg. Eine machen wir noch. So, eine noch, ne? Ja, eine letzte. Für mich zumindest. Was machst du jetzt noch? Hm. Mal gucken. Was? Oh Gott, jetzt muss ich mich beeilen. Wer hat das? Bitte. Jetzt hab ich erst mal verstanden, was ich malen will. Ja, okay. Ey, wirklich. Ja. Ja. Ist das mein Kopf, oder was ist das? No. Scheiße. No. Oh Gott, das ist richtig schwierig. Oh mein Gott, ich bin so lost. Nein, kriegst du dich hin. Oh nein. Oh nein. Mann, wer auch immer. Das glaub ich weiß nicht. Mag dich nicht mehr. Mag dich nicht mehr. Ich glaub nicht mehr. Ich glaub nicht mehr. Scheiße. Ich glaub nicht mehr. Ich glaub nicht mehr, das ist nicht so. Oh Gott. So. Und das hier? Wie ist das kacke? Seht du um? Da geht's gar nicht mehr. Dreh dich um. Nee. Nee, ich mach weiter. Oh Gott. Oh, nütz. Äh. Das war genau nützlich. Schüsslich. Ups. Ach komm. Wie soll ich das denn malen? Nee. Oh, das ist nicht. Nee. Ey, ich mach mich mal was, Herr Rutschkorn. Ich find das nicht schlecht. Ich find das auch nicht schlecht. Das kann man erkennen. Ich find das auch nicht schlecht. Ich wette, ich hab das, was wir von denen ausgedacht haben. Ich bin mir zu 1000% sicher. Nee, ich glaub, ich hatte das. Nee. Nee, ich hatte das von Moritz. Oh mein Gott. Oh Gott. Äh. Alter, wie ist denn bitte okay? Was hat das denn dir genommen? Das kann doch nur Conny gewesen sein, glaub ich. Das kann gut sein. Wie wurde Leon dann hier? WTF? WTF? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt hab ich mich vermalt. Egal. Wie sehen die Teile denn aus, Alter? Ach scheiße, jetzt hab ich mich komplett vermalt. Kacke. Äh. Ja, gut. Hab ich wohl komplett verkackt. Sorry. Oh mein Gott. Boah. Das ist doch schick. Nee. Natürlich. Willst du dir deine Nase haben? Unbedingt. Ach Gott. Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wie das aussieht. Und dass ich immer außer den Linksklick drücke. Und das damit lösche. Was bringt den Linksklick? Ja, mach mal. Ja, Bild speichern und das willst du doch nicht. Nee. Rechtsklick. Ach, rechtsklick. Sorry. Macht immer rückgängig. Macht immer rückgängig. Wie rückgängig geht bei diesen Fightersen. Ja, aber es geht auch mit rechtsklick. Nee, bei mir nicht. Ach so, bei mir schon. Seltsam. Oder wenn man beides tut. Das kann auch sein. Warte, ich versuch's. Nee, Bild speichern und da. Oh Gott. Leute. Leute. Ich will, dass dieses Bild nicht veröffentlicht wird. Ich hab hier ganz genau was da rausgekommen. Maaann. Ich hab hier ganz genau was da rausgekommen. Maaann. Ich hab hier noch was angenommen. Was denn so, dass? Was denn so? Was denn so schlecht mit Maus, Mann? Stopp hier. Los. Gott. Schön, dass wir auch was annahmen. Ja, hier kommen sie aus. Hier ist natürlich ein Ding. Toll. Ein Traum. Ein Traum. Oh, was hat Leon genommen? Let's go. Let's go. Bayern gewinnt gegen Dortmund. Ah, dann war das Leon. Ja. Mal was armloses hier. Was dummes, ey. Du bist mal krank, oder? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. FC Bayern gewinnt gegen BVB und bekommt den Pokal. Egal, das passt. Einzuhut ist nun nicht. Liv und Leon spazieren im Sonnenschön am Strand. Oh, das hab ich gemalt. Das war, das war ein Zähn. Wunderschön. Ich weiß nicht, wie Leon aussieht, aber es ist okay. Ja, ich muss doch diesen Ohrring wieder reinkriegen. Oh. Die Nase. Die Nasen. Ah, ja. Das Bild find ich super. Ja, das ist so zähn. Lexi mit Telefonen als Beine. Telefon Supergirl. Was ist das für ein? Nein. Sieht aus wie Dominosteine. Lexi hat Käsereiben als Beine. Das ist so zähn. Das ist so zähn. Das ist der DJ der ganze. Das ist mega geworden. Nein, das ist so zähn. Das ist so zähn. Das ist so zähn. Das ist so zähn. Leon sitzt auf Liv auf nem Stuhl. Ne, das möchten wir nicht anschauen. Oh nein. Hä, ich dachte Liv sitzt auf Leon. Leon sitzt sich auf Livs Schoß. Oh. Oh, das hab ich veralschockt. Was? Ich hab'n Clown Schuh. Oh, das ist ein Kling. Hallo, ich komm' euch mit meiner neuen Maus klar. Vielleicht so groß wie du. Ja und? Ich hab'n Clown Schuh. Oh, das ist so groß wie mein Kopf. Das tut mir leid. Aber der Ohrring, der sitzt. So, es ist 19.08 Uhr. Wo sind unsere Clash-Teilnehmer? Wo ist Marco? So, ok, dann wünsch ich euch viel Spaß. Viel Spaß, ciao. Tschüss. Die Aufnahme kommt übermorgen. Tschüss. Perfekt.